Wunddokumentation, die Spaß macht, ja, das ist unsere Leidenschaft. Mit Imito Wund bieten wir eine Symbiose aus einfacher, mobiler Erfassung sowie eine Webkomponente für die Integration in den klinischen Arbeitsplatz. Aber auch darüber hinaus, den chronischen Wunden werden typischerweise von mehreren Leistungserbringern behandelt. Erfahren Sie mehr über Imito Wund auf imito.io. Untertitelung des ZDF, 2020